Hallo, ich bin Valerie aus Portland. Bitte like und abonniere. Ich wusste nichts über meine Eltern, außer dem, was die Leiterin des Waisenhauses mir immer erzählte. Sie hätte mich eines Abends mit einem Zettel vor der Tür gefunden. Das ist unsere zwölfte Tochter und sie ist ein schwaches, kleines Ding. Pass gut auf sie auf, denn wir können es nicht. Während ich aufwuchs, war ich wütend, dass meine Eltern mich im Stich gelassen haben, weil ich schwach war. Also beschloss ich, dass ich das stärkste Mädchen aller Zeiten werden würde. Ich liebte es zu laufen und zu schwimmen und konnte die älteren Mädchen leicht schlagen. Und ich hatte vor niemandem Angst. Das machte mich zu einer natürlichen Anführerin im Waisenhaus. Wenn jemand ein Problem hatte, kam er zu mir. Vor allem, wenn es um Tyrannen ging. Es gab einen Grund, warum mich hier alle Frau Präsidentin nannten. Okay, weil ich es ihnen befahl, mich so zu nennen. Aber ich hatte mir den Titel verdient. Einmal, als ich 13 war, wollte ich mich gerade in die Schlange des Badezimmers einreihen, um zu duschen. Als ich dieses gemeine Mädchen sah, das andere trat und sich vordrängelte. Ich rannte nach vorne und sprang sie an. Das ist deine letzte Warnung, du Hexe. Wenn ich dich noch einmal jemanden schikanieren sehe, wirst du dir wünschen, nie geboren zu sein. Alle Mädchen fingen an zu jubeln und riefen, Valerie, Valerie, Valerie. Ich schaute auf und starrte sie an und sie wechselten sofort zu, Frau Präsidentin, Frau Präsidentin. In diesem Moment kam ein Mädchen angerannt und sagte mir, dass die Aufseherin mich gerufen hatte. Und die Aufseherin sagte, ich solle meine Sachen packen, wenn ich sei von einer wirklich großen Politikerin adoptiert worden. Ihr Manager war hier, um mich abzuholen. Wow, dieses Mädchen sieht so stark und selbstbewusst aus. Sie ist perfekt. Komm, Baby. Deine brandneue Mami kann es kaum erwarten, dich kennenzulernen. Bitte nenn mich nicht Baby. Meine Freunde und Feinde nennen mich Frau Präsidentin. Ich war froh, endlich eine Familie zu haben, aber die Mädchen waren wirklich traurig, mich gehen zu sehen. Dann sah ich, dass der Manager in einem verdammten Hubschrauber zu mir gekommen war. Er landete bald auf dem Gebäude eines riesigen Herrenhauses. Ich wurde in einen Speisesaal geführt und dort saß eine grauhaarige alte Dame mit einem strengen Gesicht. Ernsthaft? Meine nagelneue Mami sah aus wie eine uralte Schildkröte? Und sie sah nicht einmal glücklich aus, mich zu sehen. Sie sprach kaum ein Wort und jedes Mal, wenn ich meine Suppe schlürfte oder eine Gabel fallen ließ, starrte sie mich an. Als ich von meinem Platz aufsprang, um zu gehen, schlug sie mit der Faust auf den Tisch. Genug von deinen schlechten Manieren. Du kannst nicht einfach gehen, ohne dich zu entschuldigen. Ähm, okay. Entschuldige mich, ich gehe? Setz dich hin! Ich bin auch nicht fertig mit dem Essen. Aber ich muss gehen. Warum? Weil ich das Gefühl habe, dass ein Furz kommt. Wurdest du von einem Gorilla aufgezogen? Das ist so ein ekelhaftes Wort. So gar nicht ladylike. Benutze es nie wieder. Das nächste Mal sagst du das Geräusch, das von hinten kommt. Ich brach in Gelächter aus, aber sie meinte es ernst. Okay. Gleich kommt ein Geräusch von hinten. Wenn du es nicht hören willst, muss ich gehen. Und damit rannte ich los. Diese alte Frau war verrückt. Als ich den Flur hinunter lief, stieß ich plötzlich direkt mit jemandem zusammen. Ich blickte auf und sah eine Frau mit dem süßesten Gesicht. Du musst Valerie sein. Bin so froh, dass du hier bist, Schatz. Sie zog mich in eine Umarmung und mir wurde ganz warm ums Herz. Als sie mich in mein Zimmer brachte, erzählte sie mir, dass sie Amelia heißt und die alte Dame ihre Mutter ist. Sie ist diejenige, die dich adoptiert hat, aber ich wollte schon immer eine Tochter haben. Du kannst mich Mama nennen, wenn du willst. Wann immer du willst. Fast wollte ich es tun, aber ich muss dir noch ein bisschen mehr vertrauen. Mein Zimmer war fünfmal so groß wie der Gemeinschaftsraum im Waisenhaus. Und ich quietschte glücklich, als ich die Schränke durchstöberte. Das war die richtige Garderobe für eine Präsidentin. Später am Abend wurde ich gebeten, mich anzuziehen und die Treppe hinunter zur alten Dame zu gehen. Und ich war überrascht, sie von Reportern umgeben zu sehen. Und sie lächelte mich an. Hier ist sie. Meine reizende neue Enkeltochter. Gott hat mich mit Sophie gesegnet und ich möchte es weitergeben. Deshalb habe ich Valerie adoptiert. Ich hoffe, das ist ein Vorbild für alle, die ihr Herz so öffnen, wie ich es getan habe. Und dann fing sie an, mein Gesicht mit nassen Küssen zu bedecken. So eklig. Man musste kein Genie sein, um herauszufinden, dass sie es nicht ernst meinte. Ich mochte sie kein bisschen, aber zum Glück hatte ich Amelia. Ich liebte es, Zeit mit ihr zu verbringen und schon bald meldete sie mich in einer schicken Schule an. Als ich am ersten Tag das Klassenzimmer betrat, bot sich mir ein schockierender Anblick. Alle waren am Fenster versammelt, als ein blondes Mädchen Laptops wegwarf. Sie klatschten jedes Mal, wenn einer auf den Boden fiel. Wow, was machst du da? Sie drehten sich alle um und starrten mich an. Ich zerstöre meine MacBooks, weil mein Papa gesagt hat, er kauft mir das Neueste, wenn die alten nicht mehr funktionieren. Wer bist du? Eine Enthüllungsjournalistin? Ich bin die Neue, Valerie. Aber du kannst mich Frau Präsidentin nennen. Sie starrte mich an, als ob ich verrückt wäre und fing dann an zu lachen. Oh, ich weiß, warum du mir bekannt vorkommst. Ich habe da ein Interview mit der alten Krähe gesehen, die dich adoptiert hat. Daddy kennt sie und ich sage dir, sie hat dich nicht adoptiert, weil sie dich lieben will, sondern nur, damit sie vor den Leuten gut dasteht. Das war zwar kein Schock, aber es tat trotzdem weh, sie das vor allen Leuten sagen zu hören. Oh, ich weiß. Ich habe nur zugestimmt, weil ich wie eine Prinzessin leben darf. Wen interessiert da schon die Liebe? Und natürlich lasse ich sie gut aussehen. Du hast wirklich Glück, dass du eine Familie hast. Denn glaub mir, niemand würde dich aus einem Waisenhaus auswählen. Das Mädchen sah wütend aus, aber die Lehrerin kam herein und alle sprangen auf ihre Plätze. Ich fand heraus, dass das gemeine Mädchen Julie hieß und mir den ganzen Tag böse Blicke zuwarf. Julie war eines der beliebtesten Mädchen, aber das lag nicht daran, dass sie irgendwelche tollen Eigenschaften hatte. Sie war einfach eine große Tyrannin und die anderen Kinder fürchteten sie. Ein paar Tage später kam sie in die Cafeteria und kletterte auf den Tisch. Hey Leute, tolle Neuigkeiten. Euer Lieblingsmädchen Julie hat für ihre erste Kampagne gemodelt. Yeah! Also kommt alle und holt euch jetzt mein Autogramm. Sie setzte sich hin, während ihre Lakaien ihre Fotos verteilten. Und alle standen Schlange, um sie von ihr signieren zu lassen. Außer ich. Valerie, ich hab dich den ganzen Tag Zeit. Warum sollte ich ein Autogramm von dir wollen? Bin kein Fan. Oh, du armes Waisenkind. Ich verstehe, warum du eifersüchtig bist. Ich bin hübscher, beliebter, reicher. Und du bist nicht reicher. Ja, ich habe deine Familie gegoogelt. Meine ist definitiv reicher als deine. Und plötzlich drehte Julie durch. Sie holte ein dickes Bündel 100 Dollar Scheine aus ihrer Tasche und fing an, sie zu zerreißen. Willst du sehen, wie reich ich bin? Ich kann einfach Geld zerreißen. Hey, tu das nicht. Du könntest es jemandem geben, der arm ist. Hör einfach auf damit. Mit diesen Worten stürzte ich mich auf sie. Das endete in einem riesigen Streit, der uns beide zum Nachsitzen brachte. Aber die Ohrfeigen, die ich hier verpasst hatte, waren es allemal wert. Ein paar Tage später machten wir einen Ausflug an einen See. Und plötzlich hörten wir jemanden schreien. Eines der Mädchen war im See und kämpfte darum, sie über Wasser zu halten. Ohne zu überlegen, sprang ich hinein und holte sie in wenigen Minuten sicher heraus. Mein Gott, ich bin ins Wasser gerutscht. Und ich kann nicht schwimmen. Du hast mir das Leben gerettet, Valerie. Als wir wieder in die Schule kamen, hatte die Direktorin die Nachricht schon gehört und lobte mich. Sie rief sogar die scheinheilige Oma an, um mir mitzuteilen, dass ich eine Medaille für meine Tapferkeit bekommen würde. Als ich nach Hause kam, umarmte mich diese falsche Schlange. Oh, Valerie, was für ein Glück, dass das Mädchen in den See gefallen ist. Wenn du deine Medaille bekommst, werden wir beide ein tolles Fotoshooting machen und ein paar Interviews. Hoffen wir, dass noch mehr Kinder in der Schule verunglücken, damit du weiter den Helden spielen kannst. Sie war so eine egoistische Kröte. Aber ich blieb ruhig, denn ich wollte Amelia einfach nur nahe sein. Sie umarmte mich fest und sagte, sie sei so stolz auf mich, weil ich so mutig war. Am nächsten Tag in der Schule ging ich den Flur entlang und sah, wie Julie allen ihre Fotoshooting zeigte. Aber sobald die Mädchen mich sahen, kamen sie angerannt. Ehe ich mich versah, war eine riesige Menschenmenge versammelt und einige Mädchen hatten mich auf ihre Schultern gehoben. Hoch lebe unsere Schulheldin! Ein dreifaches Hoch auf Valerie! Hip, hip, hurra! Kannst du das in Frau Präsidentin ändern? Ein dreifaches Hoch auf Frau Präsidentin! Hip, hip, hurra! Und schon hatte ich Julie als das beliebteste Mädchen der Schule abgelöst. Schon bald wurde ich zum Kapitän des Schwimmteams der Schule gewählt. Und als ich unser Team zum Sieg bei den Landesmeisterschaften führte, wurde ich wie eine Berühmtheit empfangen. All das machte Julie wahnsinnig. Aber das i-Tüpfelchen war, als mein Bild für das Cover der Schulzeitung ausgewählt wurde. Beim Mittagessen kam sie mit einem Exemplar zu mir, warf es hin und fing an, darauf herumzuspringen. Das ist doch lächerlich! Du, ein weißen Kind aus dem Nirgendwo, bist jetzt das Gesicht unserer Schule? Ich bin ein Model! Ich habe mein Gesicht nicht auf die Zeitschrift gesetzt, Julie. Die Leute haben gewählt. Die Leute sind Idioten. Ich weiß nicht, was sie in dir sehen, du Hexe! Sie sprangen vor, um mich anzugreifen. Aber plötzlich hielten die anderen sie zurück. Du denkst, wir sind Idioten? Danke, dass du das klargestellt hast, Julie. Du bist eine Idiotin und wir haben dich noch nie gemocht. Wir haben genug! Sie hoben sie hoch und warfen sie in die große Mülltonne draußen. Das war der Wahnsinn! Aber als ich nach Hause kam, wurde meine Laune schnell getrübt, als ich die falsche Oma vorfand, die Amelia anschreite. Warum hast du meiner Köchin gesagt, dass sie eine Woche freinehmen kann? Und du hast ihr ohne meine Erlaubnis Geld gegeben? Mama, sie arbeitet schon ewig bei uns und sie ist wirklich krank. Sie lügt wahrscheinlich. Selbst die Bediensteten wissen, dass du ein dummer, schwacher Trottel bist, der ihre falschen Geschichten glaubt. Ich hatte genug gehört. Hör auf, Mama anzuschreien! Nett zu sein ist keine Schwäche. Und du bist so eine Heuschlerin. Du tust so, als wärst du nett für die Kameras. Aber in Wahrheit sind wir dir alle egal. Nur dein Ruf ist wichtig. Wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Ich könnte dich auf der Stelle wegschicken. Aber das wirst du nicht. Denn du brauchst mich, um die Wahlen zu gewinnen. Ja! Ich weiß, dass deine Umfragewerte gestiegen sind, seit ich hier bin. Wenn du dich noch einmal schlecht benimmst, höre ich mit all den Fotoshootings und Interviews auf. Verstanden? Die falsche Oma sah aus, als würde sie gleich explodieren. Aber sie stürmte davon. Amelia setzte sich hin und ich wischte ihr die Tränen ab. Es tut mir so leid, dass sie dich so behandelt. Bitte weine nicht. Ach, Valerie. Das ist nicht der Grund, warum ich weine. Ich bin nur so gerührt, dass du dich für mich eingesetzt hast und mich Mama genannt hast. Und mir wurde klar, dass ich das endlich getan hatte. Das wollte ich schon vom ersten Tag an. Du bist meine Mama und ich bin so glücklich. Ein paar Wochen später hatte die falsche Oma eine große Party für einige wichtige Gäste geplant. Ich wusste, dass sie mich nur als ihren Wohltätigkeitsfall vorführen wollte. Aber das war mir egal. Ich war noch nie auf einer Party gewesen. Also freute ich mich darauf. Es gelang mir, ihr eine Weile zu entkommen und als ich in einer Ecke aß, kam ein Junge auf mich zu. Valerie, richtig? Ich habe dein Gesicht in der letzten Zeit überall in den Nachrichten gesehen und ich muss sagen, es ist wirklich hübsch. Ich wollte ihm gerade sagen, dass er verschwinden soll, als ich plötzlich Julie und ihren Vater unter den Gästen entdeckte. Und sie starrte mich mit mörderischen Augen an. Vielleicht mochte sie diesen Jungen. Also zog ich ihn zu mir und küsste ihn. Als wir uns trennten, kam Julie zu uns rüber. Wie kannst du es wagen, meinen Freund zu küssen? Dein Freund? Er hat dich nicht erwähnt, als er mit mir geflirtet hat. Und er hat den Kuss wirklich genossen. Du solltest ihm in den Hintern treten, Julie. Ich werde dich umbringen. Und sie stürzte sich auf mich. Aber ich war viel stärker und hatte sie in Sekunden schneller auf dem Boden festgenagelt. Papa! Hilf mir! Ihr Vater drehte völlig durch, als er uns sah. Er fing an, die falsche Oma anzuschreien und ihr zu sagen, dass er sein ganzes Geld und seine Unterstützung von ihrer Kampagne zurücknehme. Er stürmte mit Julie davon und die alte Frau packte mich am Arm und zehrte mich in einen anderen Raum. Was hast du getan? Warum hast du dich wie ein Wild aus dem Dschungel aufgeführt? Wenn Julies Vater mich nicht unterstützt, bin ich ruiniert. Geh und bitte ihn um Vergebung. Bring das in Ordnung. Ich werde nichts dergleichen tun. Ich habe meinen Stolz. Du wirst es tun. Oder du wirst mein Haus sofort verlassen. Dann werde ich dein Haus eben sofort verlassen. Und ich werde mit Valerie gehen. Ich werde hier nicht ohne sie leben. Du willst diesem dreckigen weißen Kind hinterherlaufen? Schön, aber du bekommst keinen einzigen Penny von mir. Hast du verstanden? Und lass dich hier nie wieder blicken. Keine Sorge, Mama. Das werde ich nicht. Viel Spaß mit deinem Haus und deinem Geld. Mama und ich packten unsere Koffer und gingen für immer. Ich bin so froh, dass du gekommen bist, Mama. Aber es tut mir leid, dass wir jetzt arm sind wegen mir. Ach Valerie, wir sind nicht arm. Ich habe jahrelang gespart. Wir sind nicht so reich wie Mama. Aber wir werden es sehr bequem haben. Ich starrte sie schockiert an. Ich verstehe das nicht. Wenn du Geld hattest, warum hast du diesen schrecklichen Ordnung schon früher verlassen? Schatz, sie hat mich schikaniert, seit ich ein Kind war. Ich hatte immer Angst vor Jons und konnte nie für mich selbst eintreten. Aber du, Valerie, du erstaunst mich einfach. Du bist der mutigste Mensch, den ich je getroffen habe. Mein Leben hat sich an dem Tag verändert, an dem du in mein Leben getreten bist. Und ich bin jetzt stärker. Ich warf meine Arme um sie. Und ich bin jetzt so viel glücklicher. Wegen dir. Ich liebe dich, Mama. Ich bin jetzt so viel glücklicher.